Hallo, Willkommen zu einem neuen Shakes and Fidget Bart. Hier mit mir André mit der Gilde, die André ist. Ich bin Stufe 10. Meine Leute sind Kid Gamer 2 und iPhone 5. Hier ist der nochmal. Hallo, Willkommen zu der Gilde und die André. Schreibt, wenn ihr in die Gilde wollt. YouTuber André, iPhone 5 und Kid Gamer 2. Kopfhabe und schaut euch ihn an. Und Kid Gamer 2 und Achner Youngstars. Hier Kid Gamer 2. Da, hier nochmal Achner Youngstars. Und da, jetzt kommt der Oberpro. André. Ja, also das wird jetzt so gesagt. Klein, klein bisschen. Mir hat er gesagt, iPhone 5, dass er stärker ist. Das wollen wir sehen. iPhone 5. Der Spieler wurde nicht gefunden. Wartet. Keine Sorge. Hier, iPhone 5. Schreibe ich mir schnell auf. Geht schneller. Kann ich es mir immer behalten. Dann kann ich den immer angreifen, wann ich möchte und wenn ich möchte. Warte. Ja, da ist ein Blatt. Schreiben. Okay. Jetzt schreibe ich. I. P. H. O. N. E. 5. Okay, jetzt kann ich ihn angreifen. Dann sehen wir, wer stärker ist. Okay, na, example. Ai. iPhone. iPhone. iPhone 5. Hier bitte. Wer ist denn hier bitte stärker iPhone 5? Boah, wer ist hier stärker? ja die beiden mach ich jetzt um hierfür er hat sich ja gerade getan hier in der anderen gespenst habe ich jetzt endlich bekommen und warte ich habe gerade was in der Gelde naja das war ich ja ich mal komm machen es nicht wir machen jetzt einen versuch gegen das gespenst das ist ein Intelligenzgegner und wir müssen noch lange lange warten ja dann machen wir bei dem Eisbau was das war so ein das war nicht mal knapp meine Skillwerte sind nicht so gut ja und damit bedanke ich mich für dieses Video von Kauf Fabian und auf Wiedersehen